Also ja, da ist Corby mit ihrer Familie. Mama, wer ist das? Ist das der Held? Äh, Hauptmann Corby, wer ist dieses lebenswerte Kind? Ihr habt Kinder, Hauptmann? Nur eins. Fühlt sich manchmal nach mehr an. Ja, Entschuldigung. Ich mache eine Handvoll Arbeit, das sagt Opa jedenfalls. Seine Hände sind allerdings nicht so groß. Ich würde sagen, ich mache mindestens sechs Handvoll Arbeit. Sechs Seine Hände, meine ich. Opa, das ist meine Tochter Roma. Opa, das ist Opa, ja. Ich kenne euch, ihr habt Sarivap getötet. Werdet ihr auch Kela töten? Äh. Ich würde es euch sagen, wenn ich es wüsste, Roma. Corby, ich möchte euch nur ungern von hier losreißen müssen. Aber wir sollten uns wirklich in Bewegung setzen. Nur wenn sich die Gelegenheit bietet. Was bitte? Sie sagen, sie werden tun, was getan werden muss. So wie ihr? Genau so. Äh. Ich werde es so lange warten, dass sie gehen. Gut, ich bin gleich da. Du tust, was dein Opa sagt, während ich weg bin. In Ordnung? Ja, Mama. Gut. Ich liebe dich, Roma. Gut, ich liebe dich, Roma. Wenn euch, seid ihr bereit zum Aufbruch. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen, wie ihr meint. Ja, erst mal muss ich mir... Ich habe erfahren, dass Habakorvin Mutter ist. Okay. Habakorvin hat eine Tochter und liebt diese offensichtlich sehr. Sie erkennt nicht, dass Roma eine Schwachstelle dasteht, die ihre Feinde eines Tages ausnutzen können. Sie könnte das vielleicht bald bereuen. Mhm. Da wollte ich nicht hin. Was ist mit euch beiden? Seid gegrüßt, mein Freund. Wie fühlt ihr euch heute? Gut, danke. Freut mich zu hören. Viele verlassen sich darauf, dass ihr euch um die Sache mit Kela kümmert. So wie ihr es mit Sarivok getan habt. Ich werde sehen, was ich tun kann, aber ich bin auch nur ein gewöhnlicher Abenteurer. Dann sollten Sie sich lieber bei den Torschung gefasst machen. Das klingt so, als ob mich interessieren würde, was andere brauchen. Ihr seid nur mehr als ein gewöhnlicher Abenteurer. Ihr seid zu einem Symbol geworden. Die Leute rufen euren Namen. Ihr gebt ihnen Hoffnung. Ihr habt eine große Verantwortung. Das ist eine größere Last, als ich sie je tragen wollen würde. Web sagt es dann. Ich würde nicht wollen, dass dem Helfer Panos Tor etwas zustößt. Was ist mit dir? Pa, seht euch den Haufen an. Kela wird sich bei seinem bloß nahmlich schon halbtot lachen. Wie viel länger müssen wir warten? Menschenberg sind wackelmütig. Ich weiß nur zu gut, was passiert, wenn die Laune umschlägt. Mikonia, seid ihr das? Was ist das jetzt? A, Drau knows the hero of Baldur's gett. Was ist das jetzt? Unser Drau kennt den Helfer von Baldur's Tor. Eure Drau. Ich gehöre niemandem, Frau. Gut, erst recht nicht euch. Wir freuen uns. Es ist eine Weile her. Zwei Aufnahmesessions? Es tat mir leid, dass ihr verschwunden seid, nachdem ihr euch um Kolas gekümmert hattet. Was macht ihr hier? Es ist in der Tat schon eine Weile her, aber jetzt muss ich gehen. Vielleicht können wir später miteinander reden. Was macht ihr hier? Wir sind alle aus dem selben Grund hier. Der Rat hat all jene aufgerufen, die bereit sind, gegen diese Kehla zu kämpfen. Und wir sind immer bereit für einen Kampf. Ihr verdient bessere Gesellschaft, Mikonia. Begleitet mich. Wartet einen Moment. Wartet doch mal einen Moment. Es ist mir egal, wer ihr seid. Es ist mir egal, ob ihr der Helder aller neuen Höllen seid. Ihr nehmt uns nicht unseren Kleriker weg. Ich habe es euch schon mal gesagt, Frau, ich gehöre niemandem. Frechheit, dafür höre ich mal fehlverräterische Po. Das ist der Hero von Baldur's Gate, remember? Und als du das erinnerst, erinnere mich, was mit Sarevok zu Sarevok geschah. Komm, lass uns diesen Iblitz-Dwarf zu verlassen, in seinen eigenen Fehlern. Ich denke nicht, vergessen wir, nicht vergessen, dieses Day von Baldur's Tor. Erinnert euch, was Sarevok wieder fahrend ist. Komm, Brenno, ja, soll sich dieser fiese Zwerg in seinem eigenen Dreck zu holen. Ja, jetzt haben wir Viconia wieder. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend, sagt Dünner hier. Lass uns endlich gehen, mein Hammer will was schlagen und ist da nicht wählerisch. Ja, unser Ruf hat sich jetzt wieder um zwei verschlechtert. Ist aber immer noch 15, warum auch immer. Wahrscheinlich war er ja 17 mal vorher. Ja, wir haben Viconia wieder, was gut ist. Ähm, wo sind die Handschuhe? Können wir auch Viconia die Tranktasche wiedergeben? Und können jetzt nochmal hochgehen, die Truhe fertig plündern, denke ich mal. Und Zeug, was wir nicht brauchen, verkaufen. Die werde ich mal aufheben. Ach ja, den Schriftrollenbehälter können wir auch Dünner hier geben. Das ist der Behälter übrigens wieder voll. Was trägt sie eigentlich gerade? Immer noch ein Ankeck. Ist der besser? Ja, der ist besser. Minsk könnte den Ankeck tragen. Versetzungsumhang vielleicht für sie? Kringenwaffen. Gegen Versteinerung, Verwandlung. Traktur dem mal Minsk. Das geben wir mal Viconia. Viconia. Was haben wir jetzt eigentlich für Ringe hier drin? Den kann sie haben. Wächterring plus zwei. Mal sehen, ob ich den jemandem geben kann. Ansonsten haben wir hier unendliches Gedächtnis. Magiezauber zweiter Grad. Oh, den könnte ich anlegen. Oder auch nicht. Den kann sie anlegen. Den kann sie anlegen. Den kann auch sie anlegen. Praktisch. Bringt der auch was? Ja, Tatsache. Gut. Trägt sie ein Amulett? Nein. Haben wir ein Amulett für sie? Das verlorene Geschenk. Wir fordern ein Geschoss ab. Okay. Amulett des Schutzes. Wolfsbahn-Amulett. Oh, der Steigerer ist was für Dünner hier. Grünstein-Amulette. Die sind da nicht so toll. Dann das Wolfs-Amulett halt. Gucken wir noch nach einer besseren Waffe für sie. Vielleicht haben wir da noch eine rumgefahren. Ja, Helm des Edlen ist gut soweit. Gucken wir mal. Wie ihr wünscht. Es ist schon lange her, dass Mids mit so tollen Gefährten unterwegs war. So, du mal zwei hoch. Ja, okay. Das passt so. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Dann müssen wir jetzt noch mal hoch zu unserer tollen Truhe. Die werden wir jetzt einfach mal leer räumen. Sicher ist sicher. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, ich habe ja... Ich habe noch vor, Corwin zu rekrutieren, sobald es möglich ist. Weil, wenn sie ein Porträt hat, gehe ich mal davon aus, dass sie auch rekrutierbar ist. So, gucken wir mal. Zauberstäbe, die können alle erstmal zu Dinar hier. Auch der Stab. Das Ding kann zu Minsk. Langschild, das kann zu Minsk. Streitax plus eins. Okay, was für ein Zauberstab. Brevins Kampfstab. Ist aber schlechter als Aulis Stab. Ja, das war auch irgendwo hin zum Verkauf. Okay, der ist besser. So. Wir können auch bei Viconia ein paar Pfeile bunkern. Nein, können wir nicht. Schade. Gut. Die Porträtos können aber wieder zu mir mal. So. So, jetzt ist Viconia wieder voll. Was trägt eigentlich Dinar hier? Wo wir das reißen? Dann hatten wir nicht noch. Wobei, die müsste noch immer Dings tragen. Näher. Was gegen Geschosswaffen ist nicht schlecht. Packendes Geparden. Bewegungsrate des Rüstungsträgers wird verdoppelt. Das sind eigentlich ihre... Sieben-Meilen-Stiefel, würde ich sagen. Schildumhang. Ja, Stäbe und leichte Sachen mal zu ihr. Ja, tut mir leid. Das wird ja so ein bisschen gedauert, bis wir... ...hier klar Schiff gemacht haben. So. Ruhe ist leer. So, plus eins Sachen können wir verkaufen. Andere Sachen... Also ganz gewöhnliche plus eins Sachen können wir verkaufen. Andere Sachen behalten wir mal. Da, wir schlagen da Leder, Warms und Flegel plus eins können weg. Schutzumhagen, das kann halt alles mal weg. Auch viele Sachen, die Minsk hier mit sich rumträgt. Der Schild ist auf jeden Fall nicht besser. Ist aber grundsätzlich besser für sie, weil sie Untote bannen kann. So, dann werden wir verkaufen. Also unsere Truhe ist leer. Auf jeden Fall. Wie ihr wünscht. Wie kann ich... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Dann werde ich unnötiges Zeug mal verkaufen. Also alles, was plus eins Zeug ist und so. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und dann können wir weitermachen. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. I have many fine winners. So, dann zeigt mal, was du hast. Also ich habe nichts, was ich gerade verkaufen möchte. Hier kann der Punkarnisch weg. Der Kampfstamm, das Langschild, die ganzen Wurffeile, die Streitachs, die Obe können weg von Minsk. Was ist eigentlich der Beschützer des Tals nochmal gewesen? ETW-Bonus mit Geschosswaffen. Ah, das wäre was für Safarna eigentlich. So, kleiner Schild, Morgenstern, Baldoranschwert, das können wir natürlich nicht verkaufen. Schurzumagen, Schurkenhube, Lederwarms, Flegel, Tasche, Schienenpanzer. Das könnte auch alles mal weg. Äh, Pfeil plus eins. Nochmal Pfeil plus eins. Säurepfeile, Pfeile der Durchbohrung, die können auch erstmal alle weg. Wir haben wieder endlich passabel Geld. Der Stab kann weg. Ne, der Stab des Feuers nicht. Aber die Stäbe des Himmels können mal weg. So.